Du bist Unternehmer und hast eine Aushilfe eingestellt, die sich bei dir um das ganze Marketing kümmert, die dafür sorgen soll, dass deine Firma mehr Umsatz macht und mehr Mitarbeiter einstellt. Dann herzlichen Glückwunsch, wir gehen jetzt in diesem Video kurz darauf ein und ich sage dir, warum du auf gar keinen Fall eine Aushilfe einstellen solltest, die sich bei dir um das Thema Marketing kümmert. Immer wieder höre ich in Gesprächen mit Geschäftsführern, ja, wir haben da eine Aushilfe eingestellt, die kümmert sich da bei uns drum, die ist zweimal die Woche bei uns, die studiert gerade vielleicht sogar im Marketing im besten Fall, ja, die macht das schon alles. Erstmal finde ich es gut, wenn sich Unternehmen mit dem Thema Marketing beschäftigt haben und gesagt haben, hey, wir suchen eine Lösung, wir haben eine Lösung, wir stellen eine Aushilfe ein, wir wollen da was machen. Erstmal natürlich positiv. Die Frage ist halt am Ende des Tages, ob so eine Aushilfe dir wirklich den Mehrwert bringen kann, den du dir von Marketing vorgestellt hast. Oft ist es so, dass, ja, Unternehmen eine Aushilfe einstellen und dann nach einem Jahr schaut man sich vielleicht mal die Zahlen an und guckt, okay, keine Umsatzsteigerung, nicht wirklich mehr Bewerbungen bekommen, Marketing bringt bei uns nichts, ja. Das ist doch das, was dann am Ende des Tages alle sagen, ja, wir haben jemanden eingestellt, eine Aushilfe, die hat sich ein Jahr darum gekümmert, ist nichts passiert, ja, Marketing bringt alles nichts, ja. Und das ist natürlich völliger Schwachsinn, ja. Wie soll denn eine Aushilfe dafür sorgen, dass du mehr Umsatz machst? Wie soll eine Aushilfe dafür sorgen, dass du mehr Mitarbeiter einstellst, wenn diese Aushilfe selbst noch nie solche messbaren Ergebnisse in irgendeiner anderen Firma vorher erzielt hat? Wenn du also mit deinem Marketing wirklich messbare Ergebnisse erzielen willst, ja, Wenn du wirklich sagst, hey, ich möchte mehr Umsatz machen, ich möchte mehr Kunden gewinnen, ich möchte mehr Mitarbeiter einstellen, dann hol dir Profis an die Seite von Anfang an, verschwende nicht dein Geld oder verbrenne dein Geld für irgendeine Aushilfe, die am Ende des Tages nicht die nötige Erfahrung mitbringt. Hol dir einen Profi an die Seite, lass uns gerne gemeinsam sprechen, wir schauen, was genau ist dein Ziel, wo genau willst du hin, wie können wir dir helfen, was genau ist bei dir im Marketing zu tun, damit du am Ende des Tages wirklich auch messbare Ergebnisse erzielst. Ich lade dich herzlich ein zu einem kostenlosen Erstgespräch, geh auf skyrecords.de, auf unsere Webseite, trag dich da ein und wir sprechen gemeinsam und dann freue ich mich, wenn wir dir bald weiterhelfen können.